So, in diesem Video muss ich unbedingt den Franzosen-Angel fertig machen, weil das ist höchste Bedankte Eisenbahn zum Probefahrt machen. Ey, verdammt ein Dublech. So ein Vogel. So, haben wir noch etwas Kleines vergessen? Und zwar... L-Schutzblech. Scheisse. Also das müssen wir natürlich zuerst noch ein wenig putzen. Wie das hier mit Bremsreiniger hat sich wieder ein Sieg in der Schnurre. Das ist nicht ganz optimal mit Bremsreiniger. Aber es ist noch nie etwas passiert. Darum sind wir guter Dinge immer noch. So. Wir hatten natürlich zum Glück die Mofa-Kult Sovaterol schön lässig in der Spreidose. Was natürlich das Problem ist, die Spreidose kommt viel mehr wahr raus. Das heisst, es gibt viel eher Läufe, oder? Also mit der Spritzpistole ist es natürlich viel, viel besser, ist ganz klar. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen im Bastel. Da ist es nass drauf, aber das ist eben schön am Ovatrol. Da kann man jederzeit wieder anschleifen. Ein bisschen drauf sprayen, oder mit dem Lumpen reiben. Und dann ist das nämlich wieder eine geile Sache. Covaterol ist einfach geil. So. Das sollte halten, oder? Dann haben wir ja diese hier. Die haben wir schön auf die Seite hier. Mit diesem mischtrösen Säckchen. Jetzt schauen wir mal schnell, ob das... Ne. Jetzt fehlt da so eine sauren Büchsel. Das ist nicht wahr, oder? Vielleicht habe ich das extra... Das gibt es ja gar nicht. Ich habe doch extra das wahre... Das Zeug ist ein Säckchen hier. Oh Mann. F***. Ist mir das runtergefallen? Ich habe es nicht gemerkt. Da bin ich. F***. Ja, das ist nichts mehr. Ich habe hier natürlich schon siebenmal aufgeräumt. Ich wusste den Boden noch nicht, aber das muss ja irgendwie runtergefallen sein. Aber das... Wäre jetzt der Monsterzufall, wenn das hier rumliegt. Verdammt. Die sind ganz wichtig. Die tun wir gerade in ein Säckchen. Genau, wegen dem habe ich es eigentlich in ein Säckchen getan. Genau. Jetzt machen wir die Seite mal her, wo wir können. Und... Das ist aber sehr knapp. Du. Au. Shit. Das war ja der gleiche Pinot drauf gewesen vorher. Das ist eben etwas. Man darf einfach hinschrauben und gut ist. Ja. Ja. Ich muss jetzt sowieso zuerst das Obertol trocknen lassen. Und dann kann ich das ganze Schutzblech noch ein bisschen richten. Bis dann bin ich vielleicht per Zufall über das Doppelbüchsle drüber gestolpert. So. Dann kannst du noch einen Schluck Sirup haben. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Jetzt kommen wir rein. So. Das ist aber geil. Das ist schon sehr breit der Gummi. Aber das bringen wir dann schon noch hin. Gut. Dann. Haufen geil. Aha. Gut. Dann muss ich zuerst das Kabel reinziehen. Also. Dann muss ich jetzt wohl oder übel noch mal an das Kabelproblem. Hier. Leck es jetzt hier rein. Was ist das für ein Scheiss? Was ist das für ein Scheiss? Ah. Ah. Jetzt ist es aus. Es hat wohl an einem französischen Ackerbauer gehört. Der Wagon. Verrückte Zeine du. Es war ja simpel. Alles im Lot, also wenn ihr das nicht hält, dann hält ihr gar nichts, oder? Jetzt fehlt natürlich nur noch die Hülle, weil natürlich wieder der halbe Acker drin ist. Jetzt haben wir einen Doppelwagen. Schau dir das an, du! So geil! Kabel rein, Lämpchen dran, läuft! So, jetzt machen wir noch etwas anderes. Genau, all diese Doppelschrauben, die tausend. Herrlich, du! Gut, Schepper 2 noch aber halten. So, die Rolle ist trocken. Jetzt können wir das natürlich noch beenden. Hier ist es 3. So ist das die Seite. Stimmt. Jetzt steht das irgendwie hier ein wenig vor. Ja, traumhaft. So, und jetzt wollen wir ja nicht an die schäbigen Dinger. Jetzt poliere ich diese nämlich auf und zwar nach dem anderen. So, ich würde sagen, es ist ein wenig... Ja, es ist irgendwie reiner, oder? Oh, oh! Oh! Achtung! Achtung, Töpfchen, Buben! Achtung! 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 Oh, ein Neuss! Oh, ein Vögel! Was macht ihr da? Oh, siehst du ein wenig. Wir haben letztes Nacht eine Fluchung gesehen. Also sind wir jetzt von Zürich gekommen? Nein, nein. Hast du schon nach Hause gehen? Nein, einmal mit dem Wald anzupen. Aha! Geheilisieren! Ich dachte, was ist das für eine Hura-Location dort? Wo ist das? In Fernsehen oder irgendwas? Wie Xtra. Wie Xtra? Aha, und du hast nicht den Vortrag gehalten? Ja. Ach, da? Ist der Langsamm fertig, Mann? Ja, wir können erst am Samstag immer locker bleiben. Das sieht schon hura-fertig aus, oder? Ja, ja, voll. Heute ist dann gleich die Probe laufen. Es wird dann noch schnell fertig zusammengeschraubelt. Okay, anhängen. Wir haben einen Test-Ride heute Morgen, ja? Ja, ja. Das elektronische Keyboard. Gell? Ja, die Geräte. Ja, hey, Reisehobel. Ja, die Geräte. Mit dem Ding. Geil. Reisehobel, hey. Weisst, wie er es macht. Nicht einfach irgendwie, aber so. Ja, nein, da muss ein bisschen schön sauber sein. Uh, geil. Und dann für eine Aftechnik oben. Das ist geil. Ich bin ganz geil. Ja, der Huerehobel hat ein paar ganz geile Features. Ja, das ist genial. Schau, die Huereabdickkappe da. Zack. Wasserdicht. Abgeschlossen. Voll geil, oder? Ja, das ist Hammer. Das ist voll geil, Mann. Ja, da musst du mal draufhängen. Das ist sehr bequem. Leck du mir. Da kannst du auf Weltreisen. Hey, sehr entspannt. Ja, 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 sehr entspannt. Geil. Hast du den Fuss? Ja, ja, ja. Alles von ihm. Wie sieht man aus? Kämtenspannen? 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 Weisst du da privater mich, oder was? Ich brauche noch ein bisschen Benzin, ein bisschen Öl. Nein, nein. Das Bier. Gute Fahrt. Jetzt habe ich wieder Besuch, ihr Vögel. Ich dachte, es braucht ein Leben. Ja. 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 Viel Spass. Viel Spass. Ja, das war der Dings, der Chef des Mofa-Kult. Und zwei hier. Gut. Ja, die Mofa-Kult-Affen. Ich brauche jetzt halt ein bisschen Zeit. Das sind halt wieder ein paar Schrauben. Aber schöne Sachen brauchen halt ein bisschen Zeit. Nein, ich habe sehr Freude an dem Ding. Ha! Letzte Schraube. So was von geil. Wow. Und das war's. Was auch der Mann. Von Gaute. Das war. Ich wollte mich nur auf dich. Weile zu Hause. Eine Minute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.